So, die nächste Frage, die an uns im Rahmen der Online-Sprechstunde von SABET Media herangetragen worden ist, lautet, ich blende sie ein, Wikis, nicht zuletzt ist natürlich auch eine Abschätzung des Aufwandes und der Kosten notwendig. Das ist jetzt im Vorfeld an uns herangetragen worden und da ich weiß, worum es geht, muss ich das hier vielleicht nochmal kurz konkretisieren. Und zwar ging es darum, SABET Media bietet ein Orientierungsangebot für Wikidienstleistungen an. Das heißt, sie kriegen eine sehr hohe Transparenz, so ähnlich wie eine Preisliste zu verstehen mit unterschiedlichen Varianten. Also zum Beispiel, sie wollen ein Layout mit SABET Media für ein Wiki machen, da gibt es das Klein, Mittel, Groß, können sie sich anschauen und dann die Preise angucken und selber ein Budget für sich und ihr Unternehmen und die Wertschätzung, die sie haben, finden. Hier ging die Frage aber eher in die Richtung, was für ein Aufwand und Kosten sind denn bei uns im Unternehmen erforderlich? Und vor allen Dingen lohnt sich das Ganze? Und dafür müssen wir gerade mal schauen, aber dafür gibt es eine ROI-Berechnung, die wir unseren Kunden anbieten. Ich rufe das mal auf. Wenn Sie Berechnung des ROI eines Wikis bei Google suchen, dann müssten Sie eigentlich diese Seite finden. Wir probieren das mal gemeinsam. Ansonsten gebe ich Ihnen noch einen Kurzlink. Da, Berechnung des ROI eines Wikis. Hier haben wir es. Und dann kommen Sie auf diese Seite. Und hier haben wir mal dargestellt, wie man die Kosten und Einsparungen berechnen kann. Also wir haben jetzt hier einfach Kosten für Lizenzen. Zum Beispiel jetzt SharePoint könnte man anschauen im Vergleich zu Confluence. Das Confluence ist deutlich günstiger und zwar teilweise bei großen Unternehmen um sechsstellige Beträge günstiger. Weniger suchen, Redundanzen vermeiden, mehr Zufriedenheit durch bessere Informationen. Und das sind immerhin dann auch noch Operationalisierungen. Also produktiver werden durch weniger suchen. Da haben wir jetzt einfach hier pro Mitarbeiter x Minuten pro Woche. Vielleicht machen wir einfach mal das Beispiel für die 300 Mitarbeiter durch. Also hier oben sind erstmal die Kriterien und hier unten ist die Anwendung anhand eines Beispiels dargestellt. Hier habe ich zum Beispiel jetzt die Kosten. Also Confluence spart zwischen 38.000 Euro an Softwarelizenzen für SharePoint für 300 Mitarbeiter. Dann produktiver werden durch weniger suchen pro Mitarbeiter 15 Minuten pro Woche. Dieser Wert ist eine reine Schätzung. Also wenn Sie sagen, das stimmt ja gar nicht, das sind gar keine 15 Minuten, das sind nur 5 Minuten und das sind eigentlich 20 Minuten, dann müssen Sie hier was anderes reinschreiben. Und hier wurde dann einfach gesagt, okay, wir haben 300 Mitarbeiter, 15 Minuten durch 60 mal 40 Stunden mal 3.000 Euro, das ist ein Bruttogehalt, mal 12 Monate, gibt dann hier 67.500 Euro, wenn jeder Mitarbeiter tatsächlich jede Woche 15 Minuten einspart für 300 Mitarbeiter. Also da kann man eine ganze Menge offensichtlich einsparen. Dann haben wir hier noch Redundanzen vermeiden, einmal pro Woche 30 Minuten pro Mitarbeiter, also sozusagen, dass der keine doppelte Arbeit macht. Auch nochmal berechnet, hier oben fällt mir übrigens auf, dass hier das durch 4 fehlt. Also die Formel ist hier nicht ganz richtig. Also wenn wir 67.000 Euro sind, sind es vermutlich nur 20.000 Euro. Aber auch das ist ja schon ein ganz schön hoher Betrag, der da rauskommt. Also Sie müssen das vielleicht nochmal in der Berechnung dann validieren. Mehr Zufriedenheit durch bessere Informationen. Da war jetzt die Theorie, dass man in zwei Jahren einen Krankheitstag durch die höhere Zufriedenheit des Mitarbeiters einsparen kann. Ob das der Fall ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber da lässt sich auch eine ganze Menge Geld einsparen. Dann bessere Meetings, etwas weniger Meetings, etwas kürzer, immer eine Agenda, Protokolle immer zugänglich, pro Mitarbeiter 15 Minuten pro Woche, gleicher Betrag. Auch hier wieder, glaube ich, der Rechenfehler drin. Etwas weniger Mails, auch wieder 15 Minuten pro Woche. Dann Dokumentation von Unternehmenswissen verhindert Verlust von Vermögenswerten beim Mitarbeiterverlust. Zum Beispiel Wechsel, Ruhestand oder Tod. Hier war einfach jetzt gesagt, ein Jahresgehalt in zehn Jahren. Und wenn der jetzt 3.000 Euro brutto verdient, dann wäre das 36.000 Euro. Durch zehn wären also 3,6.000 Euro pro Jahr. Sicherheit verhindert Datengaus, nicht quantifizierbar, aber auch unterschiedlich war wichtig. Also, dass ich jetzt irgendwie einen Laptop mit meinen Daten verliere, geht nicht, weil die Daten liegen ja im Wiki. Und Transparenz verhindert Korruption, auch nicht quantifizierbar. Naja, also hier sind so ein paar Kriterien, die Sie möglicherweise für Ihre eigene ROI-Berechnung des Wikis gebrauchen können. Die Frage ist jetzt noch nicht in Richtung Aufwand geklärt. Also, hier unten war ja auch noch die Frage, eine Abschätzung des Aufwandes. Was kostet mich das denn an Arbeitszeit in meinem eigenen Unternehmen? Und das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Dann haben wir keine pauschale Antwort drauf, sondern es gibt so ein paar Parameter, die wir gemeinsam mit Ihnen diskutieren und dann Schätzungen anstellen. Aber, was ich Ihnen sagen kann, ist, wenn Sie kein Team von Leuten haben, dass mindestens mal zwei sind, wenn Sie nicht mindestens zwei Leute haben, die bereit sind zu schwitzen und auch Zeit haben, mindestens 20 Stunden, also richtige Nettostunden, nicht irgendwie so mit Ablenkung und so weiter, dann ist ein Firmen-Wiki überhaupt nicht zu etablieren. Denn ein Wiki allein ohne Inhalt ist überhaupt nichts wert. Wenn Sie nicht mindestens zwei Leute mit 20 Stunden haben, die viel Know-how haben, dann klappt das nicht. Das ist sozusagen das Allerwenigste, was ich mir vorstellen kann, was reicht, um so eine gewisse Grundauslastung an Informationen in einem Wiki zu schaffen. Und wenn man tatsächlich nur so wenig Leute am Start hat, dann müssen das wirklich Know-how-Träger sein. Dann darf das nicht irgendwie eine Hilfskraft sein, die einfach irgendwo vor einem Dateilaufwerk irgendwelche Dateien in das Wiki reinschmeißt, ohne zu wissen, ob die wirklich relevant sind oder nicht. Insofern, ja, die Etablierung eines Wikis ist aufwendig, kostet Zeit, die müssen Sie sich auch nehmen. Wie viel Zeit, ist leider pauschal nicht sinnvoll zu beantworten. Wie man an dieser Euro-Eberechnung, die ich gerade gezeigt habe, sieht, gibt es aber viele gute betriebswirtschaftliche Gründe, Zeit zu investieren, weil die Effekte enorm sein können, wenn man ein erfolgreiches Wiki etablieren kann. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wenn Sie da Beratung haben wollen, stehen wir selbstverständlich gern zur Verfügung. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss.